Herzlich Willkommen auf der Insel Pratsch. Die Insel Pratsch mit einer Fläche von knapp 400 Quadratkilometern ist die größte Insel in Dalmatien und die drittgrößte Adria-Insel. Pratsch liegt zwischen Split und der Insel Quar. Die Insel von Sonne, Stein und Meer ist die Heimat des berühmten weißen Kalksteins und ist auch dafür in der ganzen Welt bekannt. Mit dem Kalkstein wurden viele prächtige Bauwerke errichtet, wie beispielsweise das Weiße Haus oder auch das Parlament bei uns in Wien. Nicht nur das berühmte goldene Horn oder der Berg Widowagora mit dem höchsten Gipfel der Adria-Inseln sind Highlights der Insel. Auch das Kloster Platsa im Inselinneren ist eines der schönsten Ausflugsziele, das von wildwachsender Natur umgeben ist. Ein wahrer Höhepunkt ist ebenso die Drachengrote, die sich in der Nähe des Städtchens Murwitzer befindet. Besonders beliebt ist sie vor allem bei den sonnenhungrigen, aber auch naturverbundenen Urlaubern. Mit ihrem goldgelben Sandstränden, dem leuchtend blauen Meer und dem angenehmen mediterranen Klima bietet die Insel Pratsch perfekte Voraussetzungen für Strandurlauber. Pol, der verträumte Fischerort mit seinem kleinen Hafen, liegt auf der Südseite der drittgrößten Adria-Inselpratsch zwischen Split und der Insel Quar. In Pol kann man vielfältige Eindrücke erlangen, einerseits besticht der Ort durch seine traumhaften Kiesstrände mit dem kristallklaren Wasser, andererseits aber auch durch die faszinierenden Landschaften und kulturellen Highlights. Im Ort selbst befinden sich viele Geschäfte, Restaurants, Gaststätten und auch ein bekannter Weinkeller. Auch der Strand, wie man hier sieht, ist immer eine Reise wert und lädt zu tollen Badeurlauben ein. Bei klarer Sicht kann man auch über die vielen dalmatischen Inseln bis nach Italien sehen. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 11. 13. 16. Untertitelung des ZDF, 2020 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 sind ganz neu renoviert, sehr modern. Ganz wichtig ist im Pavillon 1 sind alle auch mit Lift, Zimmer im modernen Stil und dadurch, dass sie neu renoviert sind, wirklich sehr einladend. Mit großem schönen Fernseher, eines der Highlights sind unsere Suiten. Hier sieht man ein Bild von einer Suite im dreistöckigen Pavillon 6, auch mit Lift. Es gibt 25 Junior Suiten mit 34 Quadratmeter, zwei Senior Suiten mit 60 Quadratmeter, die haben alle Dusche, getrenntes WC, also Dusche und WC sind getrennt, einer Klimaanlage, einem Föhn, einem Direktwahltelefon. Man sieht hier auch den tollen und einladenden Blick von der zweiten und dritten Etage mit mehr Blick. Wirklich ganz tolle und einladende Zimmer. Und nun bleibt mir einfach nur noch übrig, Ihnen alles Gute zu wünschen für die nächste Zeit. Ich lade Sie sehr herzlich ein, sich im Club Bretonide wohlzufühlen, sich dort richtig zu verwöhnen, verwöhnen zu lassen. Die eigene Hotelanimation, unsere ganze Belegschaft freut Sie sich zu begrüßen und wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem Club Bretonide. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Und wir sehen uns beim nächsten Mal.